Wochentage Wochentage Tja, nun können wir bereits zählen, kennen die Farben und es ist an der Zeit, die Namen der Wochentage zu lernen. Wochentage أيام الأسبوع Welcher Tag ist heute? Heute ist Sonntag Montag Dienstag Thulata Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Assabt Assabt Wann kommt ihr zurück? Wir kamen gestern Gestern Ams Ams Imischen Ams 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 Vorgestern war der Tag vorgestern Ams 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 Ich fahre heute, heute. Eljauw, eljauw. Komme aber morgen schon zurück, morgen. Reden, reden. Kedellig, bukra, bukra. Wenn es sehr schön wird, bleibe ich bis übermorgen, übermorgen. Ba'da lgad, ba'da lgad. Kedellig, ba'd bukra, ba'd bukra. Er hat diese Woche Geburtstag, nicht wahr? Welches Datum haben wir heute? Ma'ta riech eljauw? Wann hast du Geburtstag? Ma'ta a'id miladak? Danke für die Glückwünsche, aber das war bereits in der vergangenen Woche. Meiner ist erst im kommenden Monat. Wann kommt ihr? Erst im Januar? Schade. Ich hoffte, es sei noch in diesem Jahr. Dieses Jahr. Ja, ich bin das Jahr. Ich be heavy, was dein Krieg on sich. Heute ist es schade. Kedellig, hat der Heim. Hat der Heim. Ha'id de neig. Das war bereits in dem Jahr.